Also, wir haben einmal die Beklebung von den Fahnen. Man legt hier die Folie ein und die Fahne wird hier unten eingefügt. Sobald man die Fahne drin hat, reagiert der Sensor und hier zieht man den Vakuum an, damit es schön festgehalten wird. Dann kann man durch die Zweihandbedienung das einmal starten und ablaufen lassen. Sobald man das einmal ablaufen lassen hat, kann man hier dann hingehen, die Fahne entnehmen, dann fällt die runter und dann hat man das ganz bequem. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.